moin was geht leute äh sorry das war cringe kann es sein dass du dumm bist oder sowas zu einem neuen video von meinem kanal leute hier dreht sich alles um fifa und ich würde sagen wir starten rein mit dem video let's go genau heute habe ich wieder zwei low budget methoden für euch vorbereitet und zwar da würde ich sagen gehen wir direkt erst mal auf den transfermarkt und hier auf meine verkäufer auf jeden fall wie ihr seht ihr schon es handelt sich heute um die frankreich 1 silber seltenen spieler leute diese karten sind noch von meiner üv liste die am sonntag dann kommen wird genau schaltet dort dann auch gerne wieder ein aber heute handelt es sich um zwei low budget methoden und zwar eine low budget methode sind halt die frankreich 1 spieler genau zeige ich euch jetzt mal was ihr dort machen müsst und zwar ihr stellt aus den filter auf silber selten dann auf liga und es bleibt die dann für maximal 400 coins da kommen auf jeden fall immer welche rein ich würde jetzt sagen kaufen wir einen für 350 erst leiten wir ein und let's go das leiten genau leute wir haben jetzt ein bekommen sogar aus paris auf jeden fall das auf jeden fall sehr sehr krass dann schaut ihr hier zum beispiel auf preis vergleich ihr seht schon hier ein geburt bei 550 auf jeden fall geht dann hier scrollt hier durch und schaut was das mindeste sofort kauf preis ist ist aktuell 1000 meine ich hätte ich gerade gesehen wir gucken noch ein bisschen kurz weiter und ja leute der ist auf jeden fall 1k ungefähr wert ist auf jeden fall sehr krass wir für ihn für 300 erst nein und erst 1000 coins wert also wir haben unsere coins ungefähr verdreifacht leute das könnt ihr auf jeden fall jetzt mit jedem spieler machen einfach nur filter liegt einstellen qualität silber selten und deshalb die dann für maximal 400 coins und schaut dann wie viel der ungefähr wert ist machen wir hier noch mal ein beispiel ihr seht jetzt hier der ist aktuell 700 coins wert stellen wir ihn für 750 rein würde ich sagen genau und dann sollte auf jeden fall nach einer stunde weggehen wenn er natürlich nicht nach einer stunde weggegangen ist dann bietet ihnen natürlich erneut an und so funktioniert auf jeden fall die trading methode leute und ich würde sagen wir kommen zu trading tipp nummero 2 so genau leute ihr seht jetzt schon wir sind jetzt wieder im shop unterwegs und zwar es handelt sich heute noch mal um die bronze pack methode ich habe es euch schon mal gezeigt aber heute werde ich euch noch mal zeigen und zwar leute wir wir öffnen halt ein bronze pack was ich gerade gemacht habe und schauen dann hierbei freis vergleich wie viel der wert ist und ich stelle den dann für diesen sofort kauf preis rein aktuell ist es jetzt 500 coins hier stellen wir den sofort kauf preis 500 coins rein und dann sollte der auch nach einer stunde weggehen leute und schauen wir hier noch mal wie viel derjenige hier wert ist der ist 600 coins wert und das macht ihr dann einfach mit jedem spieler ihr schaut wie viel der wert ist und stellt ihn dann für diesen preis wieder rein warum fragt ihr euch warum das so gut funktioniert momentan sind ja auch die spieler gekommen die beiden icons wo viele auch diese seltenen spiel seltenen packs abschließen deswegen sind die auch sehr sehr viel wert leute und jetzt haben wir hier gerade ein schnäppchen gemacht leute 9800 tager boot ihr seht sie schon der ist sehr 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 viel wert ihr seht 4600 coins 3800 coins ist derjenige hier wert ungefähr und wenn er natürlich dann sehr viel glück habt dann kriegt er auch so einen aber ich würde sagen wie stellen ihn jetzt mal für den sofort kauf preis 10.000 rein und so im startpreis ein startpreis 150 leute den rest stößt ihr natürlich dann ab und dann macht ihr auf jeden fall einen sehr sehr großen gewinn auch mit dieser methode ihr habt zum beispiel jetzt gerade gesehen die waren alle um die 600 kreuz wäre also bronzespieler sind moment sehr sehr gestiegen wegen den beiden icons auf jeden fall und diese methode würde ich auch euch auf jeden fall auch sehr empfehlen leute genau leute ich würde sagen fassen wir jetzt noch mal alles zusammen und ich würde sagen noch mal mit trading tipp nummer eins leute ihr geht einfach in den shop rein stellt die qualität auf silber selten und die die liga auf die a dann es leitet die für maximal 400 coins und schaut dann auch bei preisvergleich wie viel derjenige wert ist trading tipp nummero zwei war die bronzepack methode und zwar dort schaut ihr einfach auch preisvergleich wie viel derjenige wert ist oder ich stelle ihn einfach für den mindestpreis rein und den höchsten sofort kauf preis genau leute da macht ihr auf jeden fall auch einen sehr sehr großen gewinn mit der bronzepack methode ich würde euch die bronzepack methode mehr empfehlen als die liga methode da im moment sehr viele bronzepacks bronzespieler benötigt werden und ja irgendwann wird wahrscheinlich in die a methode wieder besser funktionieren also deswegen probiert beide aus welche bei euch besser funktioniert macht sie einfach und ich würde sagen leute das war es auf jeden fall schon mit dem kurzen video wenn ihr natürlich noch fragen habt dann stellt sie gerne in die kommentare und sonst hast gerne like abo da das würde mich auf jeden fall sehr supporten und ich würde sagen das war's mit dem video am sonntag kommt dann die iv liste auf jeden fall und ja haut rein leute die sind und damit tschau tschau und